Lässt unser Jahrtausend die Kommunikation verkümmern? Digitalisierung, Fachkräftemangel, Globalisierung, das Schnelle, Höher und Weiter. Oder das Leben des dauernden Vollgasgebens. Die einzige Klarheit, deine Kommunikation. Komm mit auf eine spannende Podcast-Reise für dein Wachstum, dein Leben, dein Sein. Kommunikation, dein Podcast. Herzlich Willkommen, mein Name ist Christoph Beyerl, Profikünstler und Kommunikationsexperte. In dieser Folge geht es darum, wie du deine Kommunikation bei einer Präsentation aufs nächste Level bringst. Wie du immer der beste Redner des Tages bist. Hast du schon mal einen richtig guten, spannenden Redner gesehen? Hast du schon mal eine richtig langweilige Rede gesehen? Oder hattest du schon mal Angst, wenn du vor Leuten sprechen musstest? Ich gebe dir in dieser Folge 9 Geheimnisse für eine spannende Präsentation, für eine erfolgreiche Rede und für die beste Rede deines Lebens. Fangen wir an. Der Start bei einer Präsentation oder bei einer Rede ist unglaublich wichtig, weil hier entscheidet sich sofort, ob dir die Zuhörer zuhören oder wegschlafen. Darum überleg dir immer einen spannenden Einstieg. Wie kannst du deine Präsentation so beginnen, dass du sofort eine große Aufmerksamkeit hast? Ich gebe dir ein paar Beispiele, wie du deine Präsentation beginnen könntest. Vielleicht mit einem Videoeinspieler oder mit einem Countdown oder vielleicht auch mit einem spannenden Zitat oder auch mit einem Witz. Darum übe den Start, übe den Beginn, damit der genau sitzt und dort nichts schief gehen kann. Und schau auch, dass du die komplette Aufmerksamkeit hast, wenn du beginnst. Zum Beispiel mit großer Energie einsteigen oder du wartest, bis du wirklich komplett auf der Welle der Stille losschwimmen kannst. Das braucht viel Übung, aber wenn du es spürst, wenn du im Raum bist, dann gehört dir die Zuhörerschaft. Also schau immer, dass du einen besonderen Start hast. Zweites Geheimnis. Die 80-20-Regel. 80% Rahmen, 20% Inhalt. So krass wie es klingt. Viele fokussieren sich viel zu stark auf den Inhalt und vergessen absolut den Rahmen. Aber der Rahmen ist viel, viel wichtiger. Wie kannst du eine genaue Gliederung machen? Und wie kannst du deinen Vortrag so geschickt einrahmen, dass auch jeder mitkommt? Darum überlege dir genau, wie du deinen Vortrag oder deine Präsentation strukturierst. Immer 80% für den Rahmen, 20% für den Inhalt. Es ist auch deine Aufgabe als Redner, so viel Inhalt zu präsentieren, dass die Leute noch mitkommen. Das bedeutet, oft ist es ja so, vielleicht auch in der Uni oder auch bei schwierigeren Themen, dass du sehr viel Inhalt hast. Aber dein Job als Redner ist es, diesen Inhalt so zu vereinfachen, so in einen Rahmen zu bringen, dass die Leute mitkommen. Und darum schau genau auf, was du sagen willst und wie du es sagen willst. Erzähle in Geschichten, Regel Nummer 3. Erzähle spannende, mitreißende Geschichten, dass die Zuhörer bei dir dran kleben. Denn unser Gehirn denkt in zwei Varianten. Einerseits lernen wir durch Bilder, durch Geschichten und andererseits lernen wir durch Wiederholung. Bestes Beispiel ist, wenn wir Vokabeln lernen. Da lernen wir meistens durch Wiederholung. Aber unser Gehirn kann auch perfekt sich Geschichten einprägen, also auch sich Bilder dazu merken. Und darum erzähle in Geschichten. Denn Geschichten machen das Leben und machen vor allem deinen Vortrag spannend. Geschichten wurden schon immer erzählt. Und darum erzähle auch du große Storys. Du bist ein Geschichtenerzähler. Überlege dir genau, wer zuhört. Wir haben drei Lerntypen, die du im Raum hast. Und diese drei Lerntypen müssen mit ins Boot geholt werden, weil sonst hast du nicht alle dabei. Wir haben einen auditiven Typ, also einen, der vor allem durch Zuhören lernt. Wir haben einen visuellen Typ, also einen, der durch das Sehen sehr stark lernt. Und einen kinesthetischen Typ, einen, der was zum Anfassen braucht. Der einfach gern was mit den Händen macht. Und jetzt ist es für dich wichtig, dass du so einen Vortrag, eine Rede gestaltest, dass alle drei Typen mit dabei sind. Auch du selbst bist ein ausgeprägter Lerntyp. Es kann sein zum Beispiel, dass du sehr visuell bist. Es kann sein, dass du sehr auditiv bist. Oder es kann sein, dass du kinesthetisch bist. Es geht aber bei diesem Vortrag nicht um dich. Es geht darum, dass die Zuhörer bei dir sind, dass die lernen, dass die fokussiert sind und dass sie nicht einschlafen. Das ist dein Job. Und darum schau auf, dass du deinen Vortrag so gestaltest, dass alle drei Lerntypen mit dabei sind. Wie kann das passieren? Zum Beispiel, auditiv ist klar, deine Stimme ist zum Hören. Aber auditiv kann auch ein Musikeinspieler sein, ein Video sein. Video ist auch toll. Das ist einerseits visuell, man kann es sehen und auditiv. Kinesthetisch ist meistens ein bisschen schwieriger, aber auch sehr leicht zum Lösen. Es ist wichtig, dass die Kinesthetiker irgendwas tun. Vielleicht mach eine Bewegungsübung rein oder lass dir irgendwas anfassen, wenn du ein Produkt hast. Hauptsache, die können was mit den Fingern anfassen und tun. Ja, eine Körperlichkeit reinbringen. Kommen wir zum Nächsten. Nähe und Distanz. Ein wichtiges Geheimnis. Wie kannst du mit deinen Zuhörern mit Nähe und Distanz arbeiten? Stell dir vor, du hast eine große Zuhörerschaft, dann bist du meistens sehr weit weg, vielleicht auf einer Bühne. Dann hast du eine große Distanz. Geh doch mal hinein in dein Publikum und stell dich mitten rein und wechsel auch die Redeorte. Also, wie kannst du die Nähe und die Distanz verändern? Natürlich wird es sehr spannend, wenn du sehr nah bist. Da hören dir auch alle dann zu. Auch wenn du nur auf eine Person zugehst oder nur einer Person sehr nah bist. Denn das bringt Knistern in den Vortrag. Arbeite mit Superlearning. Was ist Superlearning? Unser Hirn will alles fertig machen und das ist auch gut so. Das heißt, wir wollen immer einen Satz beenden. Und so kannst du auch arbeiten. Du kannst Kommunikation starten, indem du spannende Fragen einerseits stellst oder auch dir Wörter auf einmal nicht mehr einfallen. Stell dir vor, du gehst in ein Kaufhaus, willst in den ersten Stock fahren und du willst die Rolltreppe nehmen. Und dann willst du dir unbedingt ein Business-Outfit kaufen. Du brauchst einen wunderschönen schwarzen Anzug. Und du merkst schon, dein Gehirn versucht mitzudenken. Und so kannst du auch arbeiten. Mach die Sätze so offensichtlich, dass das Hirn dann auch die Begriffe von alleine bringen kann. Superlearning. Setz es ein. Du brauchst für Superlearning aber viel Energie, damit die Leute das auch anwenden, weil sonst machen sie nicht mit. Also, du brauchst immer mehr Energie als alle, die zuhören. Bring Bewegung rein in deinen Vortrag. Denn was gibt es denn langweiligeres, wenn man nur sitzt und besonders wenn dein Vortrag lange ist und man sitzt nur und sitzt nur und sitzt nur. Wir brauchen Bewegung, damit auch der Körper wieder aktiviert wird, damit das Gehirn wach ist. Und wenn du einen längeren Vortrag hast, besonders wenn du einen längeren Vortrag hast, dann bring Energie durch Bewegung rein. Der nächste Schlüssel. Sei nicht normal. Was heißt das? Alles Normale ist langweilig. Ja wirklich, langweilig. Habe ich doch schon gesehen. Alles, was ich kenne, ist langweilig. Und darum ist es dein verdammter Job, bei einer Präsentation oder bei einer Rede etwas Besonderes zu machen, worüber man noch Tage, Wochen, Monate lang spricht. Was kann das sein? Das kann zum Beispiel ein Countdown sein. Es kann etwas Besonderes sein. Fahr mit einer Harley auf die Bühne mit einem fetten Motorrad und beginne so deinen Vortrag. Es ist auf jeden Fall nicht normal. Es kommt darauf an, was du präsentierst. Aber da sind den Ideen, wie man so schön sagt, keine Grenzen gesetzt. Du kannst dich auch auf einer Palme reinschippern lassen. Du hast ein Boot mit einer Palme, mit einer aufblasbaren Palme dabei und schipperst auf einmal in die Bühne rein. Es gibt so viele verrückte Ideen. Ja, mach was draus. Umso verrückter, desto besser. Und jetzt kommt noch das letzte Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist unglaublich wichtig, denn es wird die ganze Zeit vergessen, sage ich dir. Die wichtigste Sache im Vortrag, die allerwichtigste Sache bist du. Nicht eine geile PowerPoint-Präsentation und auch nicht ein perfektes Handout oder sonst was. Du bist das wichtigste Geheimnis der ganzen Präsentation, der ganzen Rede. Das heißt, fokussier dich viel mehr auf dich und nicht auf die PowerPoint. Also mach eh keine PowerPoints mehr. Die sind so langweilig. Die braucht keiner mehr. Ich will dir als mitreißenden Redner zuhören. Ein Redner, der Pausen setzt. Ein Redner, wo die Stimme sitzt. Ein Redner, der da ist, der im Moment ist. Das ist wichtig. Und das gilt zu üben und zu trainieren. Wenn du vor Reden Angst hast, dann hör dir einen Podcast vorher an. Das ist die Folge Nummer 2. Da rede ich über die Angst beim Sprechen und beim Kommunizieren. Aber du bist die Rede. Nicht eine fette PowerPoint-Präsentation, wo man Stunden dran sitzt. Und du musst verstehen, PowerPoint-Präsentation, Flipchart, andere Medien, das sind Hilfsmittel. Hilfsmittel, die du natürlich einsetzen darfst, wenn du sie brauchst. Aber überlege immer, brauchst du sie wirklich? Arbeite lieber mit einem aussagekräftigen Bild, mit einem geilen Video. Aber arbeite vor allem mit dir. Und somit rede. Rede, als wäre es die Rede deines Lebens. Sei voller Energie, voller Leidenschaft. Weil warum soll ich dir zuhören, wenn du schon selber beim Reden einschläfst? Gib 100%. Immer. Kommunikation, dein Podcast. Komm mit in die Kommunikations-Community auf Facebook und Instagram. Alle Links findest du in den Shownotes.